Meine Schwester hat ihre Jeans bei mir vergessen und ich habe sie gefragt, ob ich ihre Jeans umnähen kann. Ihre Antwort war nein, aber für mich ist es eindeutig ja. Geschwisterliebe. Als ich meine Nähmaschine rausgeholt habe, habe ich auf einmal solche Flugobjekte im Himmel gesehen. Aber der Bruder von meinem Freund ist Pilot und er meinte, er ist ein Transporthubschrauber und deswegen ist alles gut. Wie ihr seht, hat das Auftrennen der Naht wirklich Jahre gedauert. Nach 5000 Jahren habe ich es dann endlich geschafft. Und ich habe mich gewundert, was das für ein Fleck am Schritt ist. Auf jeden Fall war das ein Instruktionsfleck. Meine Schwester wünscht sich schon eine ganze Zeit einen langen Jeansrock. Und hoffentlich wird es gut, weil ich ihre Jeans wirklich dafür geopfert habe. Aber das Glück ist nicht auf meiner Seite. Wie ihr seht, ist es komplett schief zusammengenäht worden. Am liebsten hätte ich die Nähmaschine aus dem Fenster geworfen. Weil ich Angst vor meiner Schwester habe, dachte ich, nee, ich muss die Jeans retten. Und habe alles aufgetrennt und wiederholt zugenäht. Und wie das ihr im Universum wollte, ist meine Nadelspitze komplett abgebrochen. Und ich hatte einfach keine Ersatznadel. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Weil ich aber noch weiterhin leben will, habe ich dann einfach alles mit der Hand weitergenäht. Und Guys, sag mir bitte, dass ich diesen Rock meiner Schwester zurückgeben kann und es ihr auch wirklich gefällt. Okay, bye.